Ein neuer Tag beginnt. Zeit, für den kleinen König aufzustehen. Schnell aufstehen. Damit ich gleich was Schönes spielen kann. Grete, ich komme. Du, kleiner König. Ja, was denn? Du hattest dir doch gestern vorgenommen, dein Schlafzimmer aufzuräumen. Ach ja? Hatte ich mir das gestern? Mit Betten machen könntest du zum Beispiel anfangen. Heute? Ich meine, jetzt? Ja. Oh, das geht ja gar nicht. Denk mal, der arme, kleine Teddy. Ach so. Ach so. Hat einen ganz bösen Schnupfen. So plötzlich? Ja. Schnupfen bei diesem schönen Wetter? Tja. Ach, er hat eine ganz heiße Stirn und er trinkt nicht mal seinen Saft. Alles muss man alleine trinken. Komm, Teddy. Ich muss dich jetzt irgendwie abkühlen. Jippie. Schaukeln ist gute Medizin. Ach so. Oh, muss er niesen. Schubsfester Grete. So fühlt sich der arme Teddy gleich wieder wohler. Ach so. Weißt du, Teddy? Der kleine König hat nicht den ganzen Tag Zeit für dich. Ach so. Der kleine König möchte noch Ordnung machen im Schloss. Und jetzt. Achtung. Uiihaha. Aber erst, wenn du wieder ganz gesund bist. Ja, ja, ja. Willst du noch mal rutschen? Willst du noch mal rutschen? Tja. Also gut. Juhu. Hihihi. Schön. Du, kleiner König. Ja. Wenn es dem Teddy schon besser geht, dann könntest du jetzt eigentlich... Ja, ja, ja. Es geht dem Teddy besser. Aber noch nicht gut. Er muss sich jetzt ausruhen. Ach, er ist ja ganz geschafft. Und du könntest dann also in der Zwischenzeit dein Bett machen. Ich? Das Bett machen? Aber da muss doch Teddy jetzt drin schlafen. So, schön zudecken, Teddylein. Ja, das wird schon wieder. Du wirst wieder ganz gesund. Ja, so, so, kleiner Junge. Mach mal schön die Augen zu. Ja. Jetzt schläft er. Oh, schön. Na, fein. Dann kannst du ja jetzt ein bisschen Ordnung machen. Das geht eben leider gar nicht. Ich bin so geschafft. Ich bin fix und fertig. Das glaubst du nicht, wie anstrengend sowas ist. Und außerdem würde ich ja dann den Teddy aufwecken. Das können wir ja nur wirklich nicht machen. Ja, aber... Pssst, pssst, pssst. Ganz leise sein. Wacht drauf. Hm? Hörst du was? Nein. Teddy wacht auf. Und? Hat er noch Fieber? Nein. Er ist wieder ganz gesund. Mein Teddy ist gesund. Juhu. Jubi, 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 Jubi. Das ist ja schön, kleiner König. Dann kannst du jetzt ja dein Bett machen. Jubi, Jubi, Busi, Was? Bett machen? Nein, das geht nicht. Das kann ich. Ich kann das Bett jetzt nicht machen. Der Teddy. Was ist, was ist mit ihm? Er ist gesund. Aber er hat mich angesteckt. Mit seinem Schnupfen. Osser! Osser! Wie bitte? Schnupfen? Und auch noch den fiesen Teddybären schnupfen? Ja, ganz genau. Und heiß bin ich auch. Ich bin ja so heiß. Und deshalb muss der Teddy mich jetzt unbedingt abkühlen. Schaukeln! Juppie! Ach, ich fühl mich schon wieder viel besser. Hatscha! Hatscha!